Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode Ja jetzt bin ich tot Ja mal schnell Erstmal einspielen Na Schütze Da hab ich mal lange gewartet Und der hab mich bestimmt nicht gesehen Ich bin ein D 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 ja anschleichen Neuer ich bin vorletzter das ist heute nicht mein Tag heute werde ich hier nichts heißen ich weiß nicht ich habe heute einen schlechten Tag Neenene so ein Mist aber auch oder es liegt an der Karte kann auch sein oh ich hab mal wieder was getroffen ja was soll ich das heute nur sagen das kann doch nicht wahr sein so schlecht kann nur einer spielen das bin ich das ist 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 Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Na, jetzt bin ich letzter. Ich bin letzter. Schon wieder ein Hacker da unterwegs. Ach, das macht doch keinen Spaß mit den ganzen Hacker immer. Ich hoffe, ich habe gar keinen Bock mehr auf Minecraft und die ganzen Hacker. War trotzdem Vorletzter. Aber mit den letzten Letzter. Ja, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Mir nicht so. Ich war mal wieder Vorletzter. Und ja, oder Letzter. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Vorletzter oder Letzter. Aber durch die ganzen Hacker macht das Spiel irgendwie gar keinen Spaß mehr. Was meint ihr? Macht euch das Spiel Spaß, wenn da so viele Hacker unterwegs sind? Ich glaube nicht. Könnt ihr es ja in den Kommentaren schreiben. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.